Ich würde einfach sagen, dann leg mal los. Wow, guck mal, die lange Haare. Wow, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal. Wow, guck mal, wie lange übt sie das denn schon? Insgesamt erst seit einem Jahr trainiert sie. Wahnsinn, ein Jahr? Sie ist eine sehr schnelle Lernerin. Aber wie ist sie dazu gekommen? Sie war schon als Baby, als Neugeborenes, sehr, sehr flexibel, schon genetisch. Sie konnte ihre Beine, also ihre kleinen Babybeine schon hinterm Kopf tun. Und allgemein, sie war schon sehr, sehr beweglich. Achso, ich dachte, sie wäre durchm Ohr rausgekommen. Konnte sie sich immer schon so beweglich? Das hatte sie für Anlagung, ja? Ja, genau. Die Mama ist auch so beweglich. Du auch? Oh, wow. Also immer, wenn sie mich besuchen gekommen ist in Deutschland, haben wir gemeinsam Dehnübungen gemacht und Tourenübungen. Und nach einem Jahr bin ich nach Albanien gegangen und sie konnte schon Flick, Flack, Salto, alles mögliche. Und ich wollte sie dann nicht mal mehr das Wasser reichen. Ganz toll. Das nennt man ja Naturtalent, oder? Genau, ja. Tolle Sache. Super, ne? Vor einem Jahr. Unglaublich. Toll, toll, toll. Hast du ganz, ganz toll gemacht. Wirklich super. Danke schön. Du bist richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, ich meine, sie ist jetzt seit ein paar Monaten mehr in Deutschland, ne? Ja, seit ein paar Monaten. Dann musst du sich ja generell schon neue Freunde finden in der Schule und alles. Und du stellst dich direkt hier auf diese große Bühne. Respekt. Dankeschön. Ja, aber ich glaube, sie wird viele, viele Freundinnen haben auf der Schule und die dir hoffentlich helfen, ganz schnell Deutsch zu lernen. Denn wenn du so schnell das lernst, auch Deutsch, dann kannst du das nach einer Woche, ja? Und jemand wie du, wenn du da auf dem Schulhof deine drei Übungen machst, dann kommen alle Kinder und wollen das sehen und dann feiern die dich. Da bin ich absolut sicher. Bruce. Ja. Auch ja. Dreimal ja. Das ist toll. Ganz toll. Ganz stolz auf dich sein. Wie heißt das? Ganz stolz auf dich sein? Du bist toll. Du bist toll. Du bist toll. Du bist toll. Und sag deinen Mitschülern, wenn sie böse zu ihr sind, komm ich vorbei in der Schule und hau hinein, ja? Ich sag, du hast einen großen Freund, Dieter Bohlen, okay? Alles klar. Ich geh schocken, Dieter Bohlen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Nach einem Jahr ist das Wahnsinn. Wahnsinn. Es gibt echt Talente. Ja, ja. Casey hat es allen gezeigt. So klein und schon so ein großes Talent. Glückwunsch. Das hast du super gemacht. Das hast du jetzt geschafft. Das ist geil. Jetzt kommen die Tränen. ARD Text im Auftrag von Funk